jo meine giftigen freunde und willkommen zu einem weiteren kleinen video ja heute schaffe ich es leider kein minecraft zu bringen es tut mir sehr 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 leid am liebsten würde ich euch das morgen dann hochladen aber habe morgen leider auch keine zeit dafür mittwoch wird ja der random mittwoch wie ihr ja wisst und falls jetzt morgen oder so jetzt keine vielleicht mit einem kumpel einen anderen netzplayer den ihr auch abonnieren könnt sein name ist raul p ich bin dort auch in an manchen videos zu sehen na nicht zu sehen aber zu hören schaut mal bei den star wars battlefront zwei challenges vorbei das waren unsere ersten videos wo ich sehr sehr also wo ich eigentlich nur mit dabei war schaut mal vorbei würde mich freuen gibt die like und ja und ja falls morgen kurzfristig es nicht so sein wird dass ich also ich meinte als morgen das sicher geben wird und ich mittwoch vielleicht mit dem rau lp was anderes aufnehmen werde wird minecraft weitergeführt werden diesmal mache ich aber mal eine 15 minuten folge und ich werde etwas farmen wenn ihr nichts dagegen habt ich würde nur holz farmen mehr nicht weil holz ist gerade ein bisschen in der knappheit und ich möchte nicht dass ich jetzt lange da farme ich werde auch nur holz farmen und mehr werde ich nicht tun deswegen schreibt meine kommentare wollte sehen wie ich holz farme oder soll ich das holz halt vorher farmen dass wir da schön ein paar monster abschlachten können und mal das neue will hier drauf reingucken und ich euch vielleicht keine ahnung irgendwas können wir machen schreibt in die kommentare was wir machen werden also ich wäre dafür dass wir ins neue will hier drauf gucken schreibt erst mal ob ich mit euch das holz farmen soll oder nicht oder was ich machen könnte okay dann sage ich mal schau beim raul vorbei und bleibt giftig und ciao